Hallo allerseits. Moment. Ja, okay, mach mal. Hallo allerseits ist ganz schön. Okay. Das ist ja nur ein ID, ne? Ja, das ist ja nur ein ID. 1 Live Talk mit Frau Heinrich. Gut. Hallo Leute, ich bin H.B. Bexer von Scooter und ihr seht jetzt den 1 Live Talk mit Frau Heinrich. Ja. Ne? Kann man so machen. Ich bin immer so überrascht, wie fit du aussiehst, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja ein Kompliment. Das ist ein Kompliment. Leider fühle ich mich nicht immer so, aber es ist ja schön, wenn man wenigstens so aussieht. Ne, wirklich. Da denke ich mal, was macht der? Sport, Yoga? Ja, also ich gehe sehr gerne joggen, fast jeden Morgen. Ne, jeden Morgen? Ach Quatsch, wenn du auch unterwegs bist? Ne, dann nicht. Also immer, wenn ich zu Hause bin oder wir im Studio arbeiten, dann mache ich das morgens. Läufst du mit Musik im Ohr eigentlich? Ne, das habe ich einmal versucht und das bringt mich irgendwie so aus meinem Laufrhythmus. Also ich kann dann nichts hören. Stille? Einfach nur Wald? Ja, das ist auch mal ganz schön. Das Gedröhne habe ich ja den ganzen Tag.